Oh, da geht's rein. Und im Deutschen finde ich aber Sascha irgendwie cooler mit dem Rasputin. Du musst dich darum kümmern, Rasputin. Ich habe nicht gesehen, dass es hier für eine deutsche Sprachausgabe gibt, also konnte ich auf jeden Fall nicht einstellen. Wow! Oh, das macht mir schaden. Okay, ich dachte, ich könnte es da schlafen. Na gut. Oh, das macht mir schaden. 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 Was ist das? Achso, ich habe eine Brand-Bubble. Ah, okay. Okay. Mehr ran. Halt den gedrückt, lass sie dann los und singen. Achso, ah, okay, entschuldigung. Den gedrückt, den gedrückt lassen wir irgendwie. Oh, looks like you found an even bigger room. I'm gonna catch up to Lobato. Okay, I'll catch up after, make sure these posters are all burnt. Schade. Können die denn zurück nochmal? Ja, ich denke hier nicht wahrscheinlich. So, wir tun dir einen Gefallen. Wir machen natürlich hier alle Poster weg. Was? Gehe ich das da oben? Kann ich da hinspringen? Ja, natürlich. Na, bestimmt irgendwie ein Achievement oder sonst was. Oh, oh, tschuldigung. es tut mir leid ach so, ach das macht dann auch mehrere Sachen gleichzeitig ja ok, das habe ich eben nicht gewusst das tut mir leid, Lily so, noch das da oben bin ich nicht getroffen yes so, haben wir hier sonst irgendwas, nein Lily, es tut mir leid, mach's gut so haben wir alle Poster, kein Achievement nichts für bekommen das ist ja schade, kann ich hier an der Seite nochmal lang um zurück zu kommen, oh nein, oh nein ok ja ok, shit, das war natürlich blöd gut wir sind nicht in der Lage zurück zu gehen dann halt nicht oder soll ich hier alle Poster kaputt machen we're not here to hurt you we just want to know who hired you to kidnap Truman Zanotto äh, weiß ich, gibt's da viel was? ach, nee, hier sind zu viele Poster, oder? ach nee, da kann man durch guck mal, da kann man doch durch wow, da geht der Zahn weg wanners at all veneers for all ach, veneers, ja, ok ach ja nenn mich Linda treffen ist nicht ganz so leicht können wir das denn nochmal neu machen, also kommen wir nochmal am Anfang zurück hoffe es doch ich will ja unbedingt in diesen Raum noch kann ja nicht sein, ich will jetzt erst Feuer lernen und dann rein kommen oh ja ach, für den hab ich das sogar ach so oh ihr Hutschachtel ich dachte, hinten hatten wir den blauen gesehen durch die Wand ich dachte, für den hatten wir den Anhänger gefunden kam aber nur nicht ran na, dann macht das doch Sinn ist doch gut oh, 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 oh brauchen wir natürlich auch so, zack jetzt sind die Zähne, die wackeln aber bloß nicht zu lange draufstehen ich weiß nicht, die Loboto Bilder hauen wir mal alle weg hat bestimmt einen guten Sinn ich frage mich, ob der auch wirklich böse ist der ist ja wahrscheinlich gar nicht so gut der wird halt nur benutzt gut wir haben da auf jeden Fall die Handtasche ich höre es ja auch ich sehe es lieber aber wir brauchen natürlich für die Handtasche auch noch haben wir das kein Handtaschenanhänger es ist jetzt halt die Frage ist das hinter irgendeinem Bild gewesen doch muss man gucken wahrscheinlich ist hier doch noch bestimmt irgendwas hinter den Bildern die Handtaschenanhänger finden kann nicht sein, dass wir damit erstmal zurück die Handtaschenanhänger aber erstmal alle im Fläuser sind hier genau du bist es nicht mein Freund du wirst es auch nicht sein doch noch ein alles weg wahrscheinlich macht das gar keinen Unterschied ob wir es machen oder nicht aber es könnte sein kennt ihr das in Spielen, wenn ihr irgendwie sowas seht und denkt naja aber wenn ich es mache vielleicht kriege ich dafür ein Achievement oder irgendwas wie sie sehen, sehen sie nichts ach dann habe ich die ich bin sorry ich bin sorry, ich habe es geschafft ich nehme es zurück in meine Hand Nein, nicht die Extraction finishen Lilly, I think Lobato is starting to have doubts duh they're right over there ah luckily they're highly flammable you take care of them while I find a way out okay uiuiui so viele neue Gegner bedauern zweifel es ist ja krass aber gut, sie brennen wirklich gut zweifel kann man gut verbrennen weg, weg, weg ein bisschen Leben wieder einsacken wow was ist jetzt alle da Psyloli diese Hirnleckerli stellen einen Teil deiner geistigen Energie wieder her haltet C gedrückt um einem Psyloli zu verputzen aha da gibt es viele Lollis wuh ist irgendwie gar nicht so einfach ich dachte man hätte auch wieder Feuerbälle wie damals oder ne, damals hatte man gar keine Feuerbälle, stimmt man konnte etwas anvisieren Citanium ist ein psychoaktives Material das von dem Psychonauten als Virum benutzt wird ja Geld ja, ja, ja aber ich muss erstmal mal gucken ist das hier ein neuer Raum ich denke es ist ja bestimmt irgendwelche Sachen die ich mir holen kann ne, ist der alte Raum aber der sieht anders aus was sein? na gut achso, ne, ich dachte gerade können wir hier nicht wieder hin nein, niemand hat mich weil ich nicht tun ich nichts tun oh, Bruder oh, nein, du nicht ich denke, ich habe nur Kalt beim Fallen, er geht um zu schweben. Das haben sie umständlicher gemacht. Im ersten Teil war das... Wie bewegt sich denn das Ding? Im ersten Teil war es einfach sozusagen Leertaste gedrückt halten und dann hast du einfach... Ja, bist du geglitten. Geschwoben. Wie schwebt dies? Aber jetzt... Da muss ich Ehre dafür drücken. Nicht ganz so geil. Äh, wohin, wohin, wohin? Oh, Anhänger, Anhänger. Yes, 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 yes. Handtasche? Okay. Was würde der bedeuten, wir kommen auf jeden Fall nochmal wieder zurück? Uh, das war knifflig. Ähm... Ich komme doch von da nicht da rüber, oder? Ich muss noch da oben. Ach, okay, von da ist alles da. Ich habe es gut verstanden. I know it. Ach, gut. Ich würde voll kurz... Er hat mich voll tintet. Ich kann sie nicht anschließen, um dahin zu kommen. Ach, schrei nicht so. Es war alles geplant. Das Mia... Nein. Mia, die Mission ist weg. Wir haben Kontrolle von Lobato. Es ist ein wenig Chaos auf jeder Mission, Raz. Ein Psychonaut muss immer wieder erinnern, wie sie mit ihr rollen. Du erinnerst, wie sie deine Gedanken sammeln und mit ihnen rollen. Right? Right? Of course. Natürlich. Ich weiß immer, wie man mit etwas rollt. Was sind das? Wow! So, das wollte ich nicht. Da habe ich daran langgeklipscht. Bringen mir die Dinger was? Nee. Ich hätte jetzt gedacht, die füllen irgendwie... Die machen gar nix. Die machen gar nix. Am I not supposed to do this? Ich glaube, wir dürfen da noch nicht hin. Kann das sein? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich dachte gerade... Ich dachte gerade jetzt. Haben wir uns verpackt. Na gut. Äh... Äh... Na, ich sollte nicht nochmal dann erholen. Ich muss mich umgucken. Nein! Lass mich doch mal umgucken, Leute. Ich schicke mich zu schnell da durch. Bisschen ruhig. Ja, ja. Ich will die Zähne. Das ist... Wuh! Wie soll ich denn das da wieder runterkriegen? Achso, da muss ich da nicht schweben. Ich muss einfach nur Gas geben. Ja, okay. Ich muss nur ganz gehen. Ich dachte, ich müsste da kurz in den Schwebemodus rein und dann... Naja, das tut mir so gut. Das ist nicht mein Kind der Party. Eww! Mia! Mia, ich komme! Was bedeuten diese Punkte? Sascha. Ich kann nicht auf Mia erreichen. Ich glaube, sie hat sich dementiert. Sascha? Coach? Lilly? Oh nein! Ich glaube, ich bin der letzte Suitcase-Tag. Gotcha! Oh! Wir sind... Wir sind im Camp wieder. Hier ist das Camp. Da ist der See. Da ist der Turm. Da ganz unten irgendwo drunter ist... Äh... Linda. Nice! Nice, nice. Aber wie können wir diese Dinger nutzen? Vielleicht die Anzüge? Mit Geifen? Gut. Keine Ahnung. Schade. Aber das ist wahrscheinlich was, wo wir nochmal wieder hin können. Weil da ist ja auch ein Koffer und eine Erinnerung. Na gut. Wow. Wo. Waaah! Hehehe. Was ist das denn? Mini-Zensoren! Mini-Zensoren! Oh Gott! Wuh! Ich glaube wir sollten gleich mal einen Lutscher essen, oder? Au, au! Aber diesmal wird er gar nicht mit den Pfeilspitzen bezahlt. Aua! Uh! Was erzählt er da? Ich kann ihm gar nicht zuhören! 77 von 80, Leute! 78, es fehlen noch zwei Stück! 79! Ey, sagten wir nicht, ich krieg den letzten jetzt nicht! Ich hab irgendwo einen übersehen oder was! Ich habe die Ecke in die Box, in die Box, in die Basket, in die Basket, in die Oce... Nein, nein! Das ist nicht alles! Ich habe die alte Box in die Basket, und die Ecke in die Oce... Die Ecke in die Basket, und die alten Ecke in die Box, und die Box in die Oce... Das ist einfach! Und wenn du jemanden über mich erzählst, jemanden an all... Du musst sie mit ihr... Nein! Nicht sie! Nein! Ich meinen euch noch nie sagen! Nein! Nein! Ich will nicht tahu! Ich will nicht zu sagen, von zwei Linken. Ich superstiere! Nein, bitte! Nein! Anregelungen! Exklarations rasch! cockatsten . 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 Und ich habe... etwas anderes gesehen. Ich habe die Sache, die Lobato erschreckt. Es war eine Frau, mit einem Schmuck schmuck. Sie fließt über die Ruins der Stadt. Und sie schießt die Serpente aus... Wasser. Es gab etwas von ihr. Rasputin, ich zeige dir ein Bild. Das ist sie! Warte mal einen Moment. Ich dachte, dass ich sie kennenzulernen. True Psychic Tales, issue 43. Sie ist auf der Beschreibung. Maligula. Die Deluge von Grulovia. Maligula? Sie ist tot 20 Jahre alt. Ford Krawler hat sie selbst verletzt. Eine Krieg, von der er niemals wirklich zurückgekommen. Sie war ein Monster. Eine ungewöhnliche, ungewöhnliche Psychische, die zerstörte hunderte von ihren eigenen Landern. Insofern, sie hat sie noch loyalen Followern. Zu diesem Tag. Dieses Bild documentiert die recenten Aktivitäten, glaubt zu sein, die Arbeit von diesen modern-dayen Delusionärern. Was sind sie auf? Na, es ist wirklich schrecklich. Es gibt keine Wissenschaften. Necromancy. Was? Sie versuchen sie zurückzuziehen? Es ist schrecklich, darling. Aber wenn sie glauben, dass sie es tun können, sie vielleicht tun, etwas gefährlich machen. Mia. Sie haben Sie das andere stürzende Faktor in all of das? Das Unstable Charakter. Sie können sie niemals schädieren die große Hände der Psychonauts ohne Hilfe? Ja. Sie sagen... Es gibt ein Schwein in den Psychonauts. Sie denken, das ist ein Schwein? Sie sind schlimmer als Sie sehen. Sie sind tot. die Mutterlobe. Agent Forsythe, why did you deny us intel when we hailed the Motherlobe? What are you talking about, Agent Nine? We were on a mission to rescue the grand head of the Psychonauts. When we called for assistance... I never heard any call. Who did you talk to? Is he all right? We won't know for sure until we get that squirrel tested for rabies. This is our kidnapper. Clearly he had help on the inside. Impossible. A mole in the Psychonauts? We have reason to believe Delusionists are involved. And they're trying to bring back Maligula. What? I know. Isn't it great? The Psychonauts haven't had this kind of a threatened years. Can someone help me with my dad? He's still acting funny. Truman! Let's get him inside so he can lie down. I'll see what I can find out in my meditation chamber. I'm taking Lobato to my office for further interrogation. I'm gonna talk to Otto about our military options. Does that make anyone else a little nervous? Who are you? I'm Raz. Rasputin? I'm, uh... your newest Psychonaut? How's that? Ford Cruller. He gave me a badge. I've been kinda helping out. Listen, kid. Agent Cruller is a hero. But he's not operating at 100%. He can hand out all the merit badges he wants. But he doesn't have the authority to commission Psychonauts. But you can, right? You're Hollis Forsythe. Lesser head of the Psychonauts? True Psychic Tales 146. You and Truman fought the Noodler together. I prefer the title second head. If the other agents voted for you, I might be able to get you a spot. In the intern program. But don't be late for orientation. I hear the coordinator is a real brain buster. Welcome to the motherlobe. Auch nicht schon wieder in intern. We've got to let's see what's going on in intern. Mitarbeiter des Jahres. Errungenschaft. Abgeschlossen. Nice. Immer sind wir die Aushilfen in dem Spiel. Immer sind wir die Aushilfen. Aber gut, jetzt verstehe ich das auch. Ich habe die ganze Zeit gedacht, Hä, wieso wird man denn sofort in so ein Office geschmissen? Das kann doch gar nicht sein. Wir waren doch im Flugzeug und alles. Aber ja, so macht das alles Sinn. Oh, wir haben sogar noch unsere Abzeichen auf dem Rucksack. Sehe ich die? Sehe ich die? Ja, könnt ihr sie sehen? Das Zielabzeichen. Das Schwebeabzeichen. Das Feuerabzeichen. Das... Äh, was hatten wir denn noch alles? Das Levitationsabzeichen. Das psychische Irgendwasabzeichen. Es ist mit so viel Liebe zum Detail. Es ist so schön. Hier was kloppen. Ups. Oh. Oh. Hey, ist es okay, wenn ich jetzt in die Hauptsitzung der Hauptsitzung komme? Entschuldigung, kleiner Junge, aber heute gibt es keine Schule. Was? Ich bin ein Intern. Agent Forsythe hat mir das. Das ist das... Sehr. Was? Das ist etwas? Was? 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 Ich werde... ...dauß? Welcome to the intern program. Let me get you your orientation materials.